Willkommen zurück zu Let's Ultra Hardcore mit dem Buggy Plugin und Scrapsys, Paul HD, also Pointer LP, Toto und Mineless Let's Play mit dem neuen Skin und ich geh jetzt hier in der Ecke schlafen. Ha, ich war schneller als er. Und ich hab die Mucke vergessen. Super. Ne, ich konnte in dem Bett auch nicht schlafen. Leute, wir stehen alle ineinander hier. Was ist da los? So. Wir lieben uns alle. Oh, ich kann euch ja nicht mal packen. So, was machen wir denn heute mal? Kein Schwert mehr. Hat jemand mal ein Schwert? Oh. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. 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 Hey, jetzt ist die Essensanzeige bei mir voll. Geil. Ja, das wagt ganz sehr. Das ist so scheiße, das Plugin. Ich hab grad einen extrem dicker Leck gehabt. Ja, ich auch. Und wie, weil der Creeper da hinten? Hä? Also ich hab jetzt volle Anzeige bei mir. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also meinst du von den Herzen oder von der Hungerzeige? Nee, Hungerzeige und der Beweckse. Ach du scheiße, ach du scheiße, das stimmt. Bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Also bei mir ist das genauso vorher auch immer. Also wie beim richtigen Aufnehmen. Also da wackelt das immer und alles. Na, bei mir ist es wohl der Hälfte. Bei mir steht die Hälfte. Na, bei mir ist es mal richtig auf das Kant am Creeper jagen. Unter mir. Ich lauf gerade und da ich voll mal was hinter mir, ne? Kleine Uhren so in der Creeper. Der, der, der Negaton ist ein Creeper. Den kille ich jetzt. Oh, tut dort nur noch zweieinhalb Herzen? Dreieinhalb. Äh, ja, eineinhalb. Ja, doch, hast recht. Oh, das brauche ich auch. Oh, 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 oh. Wow, tschuldig, dein kurzes Leben, man. Paul hat auch nur noch dreieinhalb Herzen. Bei mir hat es geleckt. Will mal dein kurzes Leben, Alter. Irgendwas tut mit deinem, Junge. Ja. Ach, oh, fickt alle. Ganz ehrlich. also bei mir leckte auch aber ich weiß nicht woran das liegt dass du jetzt irgendwie eine plage entlauch ich so bin raus toto blue und das server sind diese kommt jetzt wieder rein also tot ist der erste der ausgeschieden ist ja man geht das dann noch mal irgendwann wenn das mal wieder ordentlich läuft aber so läuft das ja richtig scheiße ich will es im berg war schon noch neun herzen und so gut sterben ist wenn wird immer noch offen sagen gezeigt ja ich weiß bei mir auch so was bleibt gerne ich noch mal richtig ja aber was soll sie machen alle bände ja wir haben auch haufenweise kisten wo nichts drin ist was ich super finde und jetzt einfach meine höhle und ich kann sie voll füllen lalala was laberst boah dieser tage das ist ein ehrescheuer das hilft ja mal richtig dann ist das plugin jetzt gerade wirklich am rumspinnen vorher hat er ja nicht so geleckt und ich bin noch nicht am hochladen und runterladen gar nichts also das liegt jetzt wirklich eher an diesen hoch und runter machen farbiert 1,5 damage bekommen oder in dessen mpc dorf das ist unser anfangsdorf oder ich schau mal nach das neues ist wenn dann die pyramide ist in der wüste ja ja das ist unser anfangsdorf das ist mitten nicht zerstört hier fing die geschichte damals an ich finde ja auch irgendwie gar keine höhle ist das irgendwie normal nein gerichts nach essen normal und so jetzt geht er wieder ab boah wann habe ich das letzte aufgenommen gestern nein du warst mir dabei aber nicht selber halt vor 200 jahren boah dieser server heute kommt auch die let's show voll und ich habe keine äpfel mehr wo man es ist es ist es ist es ist es ist es server von proche nee das ist einfach nur dieses verdammte plug-in was rumspinnen muss aber bei mir ich glaube ich selber gerade gar nicht was auch nie wohnen das liegt das ist ja noch ein update vom platt ja das ist ein update vom plugin ja soweit ich sogar weiß wird der auf ja das ist ja herrlich interessiert ja eh keiner aber kraft lp geil so dann abonniert alle mag der lp nein dann sage ich lieber abonniert alle meintes lp als den äh ne den brauchen sie ja nicht zu abonnieren den gibt es ja bald nicht mehr ja hier ist ein schnun was einfach in der wand rumsteht das leckt dieses plug-in ist so buggy boah da habe ich gar keine lust drauf egal wie man exakt aufwischen übrigens ich legge da war ja ein ganz klein moment hallo so jetzt läuft alles tipptopp bei mir hallo das ist besser ja langsam ein kurs nicht geht lan verteiler ding ist da unten der wieder moment herum zu spinnen aber bei mir leckst es teilweise selber deswegen wundere ich mich ja das kann ja noch im server liegen wohl auf mir läuft so fps einbrechung sind sie nicht dabei ein verbindungs lag hoch schon wieder ach man und paul ist fast tot ja es leckt schon wieder das ist das plug-in ohne witz ich schlage 2 4 16 herz ja der ist ja vor allen dingen nicht mehr auf dem server gell wer das wenn du hast schon wieder ein guck mal ich schlag ein hütchen und es läuft einfach es steht rum und kriegt ja keinen schaden und danach ist auf einmal tot also dieses plug-in kann ich euch auf gar keinen fall empfehlen also da muss auf einem server richtig super ne es gibt bestimmt noch andere plug-in ich weiß nicht was bei dir ja jetzt nicht stimmt irgendwann da wird es ein anderes plug-in geben ich kann mir das nicht vorstellen dass die alle mit dem hier spielen doch wenn der link in der beibung steht ja dann spielen sie vermutlich auf einer uralten version ich kann es mir das nicht vorstellen ja auf ein 1.2 beispiel ja komm halt deine fresse so also paul hat noch 3 ich hab noch 8 fabi hat noch 6,5 scrap hat noch 8,5 und der tote sven 246 hat noch angeblich 10 also der ist eigentlich schon tot ist aber naja aber letztes mal das ist erst seitdem ich jetzt diesen update von diesen plug-in darauf gezogen habe seitdem lag der vorher war das nicht ja bei dir lag der auch also du kannst ja schon mal nicht an deinen internen liegen ja das ist es ja also ich schlag teilweise die Viecher und die nehmen dann noch viel länger das gibt es doch gar nicht ey so jetzt habe ich natürlich auch verlaufen weil ich nicht mehr zu euch finde ich weiß auch nicht wo ich bin ich bin irgendwo in einem Sumpt naja dann versuchen wir uns einfach mal alles zu töten und gut ist ich denke mal ihr müsst anfangen obwohl es ist eigentlich egal wer jetzt getötet wird nee also ich glaube wir machen das am besten nochmal neu wenn das plug-in funktioniert oder irgendwann mal aber jetzt nicht mehr da habe ich jetzt echt momentan keine lust drauf da gehe ich jetzt lieber noch eine runde sterben hier also wer fängt jetzt erst an zu sterben komm wir wollen jetzt Scrap ist tot Paul ist tot jetzt bleiben wir noch zwei ich bin da unten ist pvp eigentlich an, ne ne? nein das schaltet das plug-in automatisch aus und jetzt hört mal bei mir in der Grunde als zu den Scalp-Ton oh 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 jetzt habe ich schon wieder 1,0 bekommen jetzt hast du noch oh ich hab gewonnen ganz toll naa ich bin nicht tot doch du bist tot ach ne doch du hast noch 3,5 ich bin nicht tot okay Spasti Spasti so also noch zwei Minuten Verrück jetzt endlich zwei Minuten noch müssen wir noch, muss ich noch durchhalten ohne zu sterben hat ja sehr Spaß hat es auch wirklich ohne Witz also das Beste also es war die beste Runde das Beste Plug-in das ich je habe also mhm die letzte Folge Ultra Hardcore für die nächsten Monate meiner Meinung nach das ist sogar besser als der Pete Smeet, Alter oder wie der sich ohne Witz, ey was haben die eigentlich für's Plug-in? Ey, gell ich hab heute früh also heute früh hat ja Commander gestreamt, gell ich guck so und auf einmal sagt ja, ich bin nächste Woche Freitag bei Kronkh im Stream dabei hab ich mir jetzt nicht gedacht, oh Gott ja, der Pete Smeet macht jetzt auch schon bei Let's Plays bei dem mit also, jetzt ohne von Commander Krieger auszugehen ja ja, aber ich mag Commander Eich, aber wenn der jetzt bei, bei Dings da wird oh, oh, jetzt ist es knapp, jetzt sind wir gleich komm, Kaktus gibt mir noch mal ein bisschen Damage bam jetzt hab ich noch wie viel? ja, ich hab, ich hab schon wieder 1,5 verloren, das hat er mir gar nicht angezeigt finde ich super Hundiii das zeigt er auch nicht an ich bin ja da drungen, ohne was zu sehen der, der Bugs, das ist so ein scheiß Plug-in äh so, Fabio wir haben noch eine Minute ja dann müssen wir uns beide den Tod entgegensetzen dann haben wir wenigstens 10 Minuten ich bin ja hier nicht so einer, der jetzt hier nur so 5 Minuten Parts macht ja, Dion Dion Ebola so ganz kurz gucken wo kann ich jetzt hier am besten sterben, was wäre das geilste? Lava am besten wenn ich den von hinten verpasse, weil das geht ja nicht ne, aber hier ist die Wärme scheinbar mal, haben wir uns mal irgendwie reingegraben ich könnte mich doch einfach in die Tiefe graben und in den Lava sterben, das wäre doch auch toll so wie könntest du es bleibt nicht nur, dass er stirbt, dass ich dann sterben kann oh, ich habe unser Haus gefunden, ich bin die ganze Zeit durch die Gegend ganz mit unserem Haus gefunden, was zur Hölle ja, Alter ich hatte das nie wieder für Möglichkeiten, dass ich unser Haus nochmal finde, eigentlich eigentlich war es ja ein schönes Haus, muss ich sagen, ne was? eigentlich war es ja ein schönes Haus, ne ja, ich fand das eigentlich nicht so schlecht aber was soll's, wir müssen uns leider hier verabschieden von diesen komischen Billig-Plug-In und äh, ja, wenn niemand weiß, woran das liegen könnte, schreibt es mir in die Kommentare ansonsten, ja, würde ich sagen, Fabi, soll ich mich jetzt erst stünden, oder willst du es machen? du, ich, ich habe gleich, ich habe glaube ich gleich Lava gefunden nein, habe ich nicht vor dem Video einfach mal ein Taktus mitten im Ding steht, das nämlich jetzt als Screenshot so als, ich weiß nicht, so als Thumbnail ja, bräuchte ich theoretisch auch noch obwohl ich mach mal so und jetzt hier F10 Zack so, und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Mal Ultra Hardcore aber vermutlich mit einem anderen Plugin, oder mit einem was gefext wurde ja bis dann, tschüss 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 ich bin noch nicht tot hab ich das gerade wirklich überlebt? ich bin da oben runter geschwungen und lebe noch jetzt bin ich tot ok, ich habe 10 total Herz verloren ja, und ich habe tot verloren ich habe immer noch 0,5 you died bad luck bis zum nächsten Mal tschüss tschüss